Im Gelände zeigt der Brite, dass er jedem Untergrund trotzt und unbeirrt seinen Weg fährt. Die Vollaluminium Monocoque Karosserie spart Gewicht und ist trotzdem sehr verwindungssteif. Das wirkt sich positiv auf die Geländeeigenschaften aus. Seine Offroad-Fähigkeiten verdankt er dem neuartigen Terrain Response Autosystem, das eine automatische Abstimmung aller Fahrzeugsysteme auf Untergrund und Umgebung vornimmt. Extrem lange Federwege erlauben ein Maximum an Achsverschränkung sowie eine perfekte Radführung selbst unter schwierigsten Bedingungen. Dahinter steckt ein permanenter Allradantrieb mit einem sperrbaren Mitteldifferenzial und Untersetzungsgetriebe. Die Karosserie wurde geglättet, unnötige Ecken und Kanten sind verschwunden. Nun kann der Engländer mit einem überraschenden CW-Wert von 0,34 aufwarten. Das bedingt sehr geringe Windgeräusche, weiters einen reduzierten Verbrauch Dieselkraftstoff. Der 258 PS starke 3,0 TD V6 gibt sich nicht nur leise, sondern überzeugt mit sattem Durchzug von 600 Newtonmetern. Mit einer Beschleunigung von 7,9 Sekunden auf 100 kmh und einem Top-Speed von 209 Stundenkilometern ist er auch On-Road zu Hause. Geschaltet wird automatisch und das mit 8 Stufen. Eine relativ direkt ausgelegte leichtgängige Lenkung kompletiert die tadellosen Fahreigenschaften, die sogar Fahrspaß aufkommen lassen. Eine Kurvenneigung gibt es nicht. Der 2-Tonner lässt sich leichtfüßig auf kurvigen Straßen bewegen. Im Innenraum herrscht Luxus pur. Klimaautomatik, Ledergestühl oder ein großer Monitor in der Mittelkonsole müssen nicht eigens erwähnt werden. Dafür sollte aber die nahezu perfekte Verarbeitung hervorgehoben werden. Eine elektrische Sitzverstellung ist ebenso selbstverständlich wie elektronische, gut ablesbare Instrumente. Die integrierte Kühlbox in der Mittelkonsole ist eines der wenigen Features, die zwar aufpreispflichtig, aber praktisch sind. Aber angesichts eines Grundpreises von 128.100 Euro in der Autobiografie-Version sind die 403 Euro für stets gekühlte Getränke eine vernachlässigbare Größe. So etwas kann die gute Laune nicht trüben, überhaupt dann, wenn eine Fahrt zu einem Ausflugsrestaurant wie dem Mirli im Wiener Wald bei Tullnerbach ansteht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017